Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Contract Wars. Dieses Mal wieder auf so einer kurzen kleinen Nahkampf-Map mit einer neuen Waffe, der RFB. Das ist eine Einzelschusswaffe. Als ich sie gekauft habe, wusste ich das auch noch nicht. Danach war ich klüger. Dieses Mal sind wir wieder Erster geworden und hatten eine KD von 3,25. Kann gut sein. Wir hatten vier Fünffach-Kills. Also nicht fünf am Stück, sondern fünf Kills ohne zu sterben. Also Rage-Kills. Und ein Storm-Kill. Und naja, also unter dem habe ich euch schon als der Erste geworden. Und es war eigentlich schon ziemlich lustig, weil man hat ja eben gesehen, was man alles mit der Waffe machen kann. Ich glaube, die ist eigentlich eher so für Distanz geeignet. Aber ich habe sie halt hier im Nahkampf benutzt und zwar ziemlich viel. Und naja, guckt euch einfach das Video selbst an. Und deswegen bis zum nächsten Video. Tschööö. Tschöööö. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020